Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns, ich bin der Olli und das hier ist nur ein kleines Infovideo, denn wie ihr am Thumbnail schon gesehen habt, es gibt gute Neuigkeiten, einen aktuellen Anlass, denn es gibt einen neuen Player auf der Map der Retro-Börsen in NRW und zwar Day of Retro-Gaming. Ich blende das jetzt hier die ganze Zeit mal ein, dann habt ihr die wichtigsten Daten immer im Sichtfeld. Das Ganze ist, wie ihr sehen könnt, schon in drei Wochen circa, am 27.11. im Sonntag und das Ganze findet in Herthen statt, in einer Kampfschule oder Kampfkunstschule. Ja, und ich habe mit dem Veranstalter, dem Ubu, mal kurz so ein bisschen auf WhatsApp und Konsorten hin und her kommuniziert, um den Tisch klar zu machen, denn ich werde auch da sein, erstmalig auf einer Retro-Börse mit einem eigenen Tisch. Ja, und das ist ja nichts Großes, also ich will nur ein bisschen so die Dubletten und Sachen, die ich nicht mehr brauche aus meiner Sammlung abstoßen und deshalb habe ich mir einen Tisch genommen, drei Meter insgesamt mit meinem Kumpel Sven zusammen, schöne Grüße Sven. Den kennt ihr vielleicht aus unserem gemeinsamen Podcast Shuffle Feature, falls ihr den noch nicht kennt, hört gerne mal rein, werde ich verlinken am Ende des Videos. Aber genug davon, also wir beide werden dann am Sonntag, dem 27. da vor Ort sein mit einem Tisch und würden uns freuen, wenn ihr auftaucht. Denn natürlich liegt es uns sehr am Herzen, dass das Ganze ein Erfolg wird, dem Ugo natürlich sowieso, aber auch bestimmt euch, wenn ihr Retro-Fans seid hier in NRW oder in Umgebung, ich sage mal an Reisenähe, dann seid ihr bestimmt auch daran interessiert, dass es wieder mehr Veranstaltungen in der Richtung gibt. Und deshalb würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze hier teilen würdet, Leuten, die es interessiert, davon erzählt und natürlich, wenn möglich, selbst vorbeikommt und das Ganze zum Erfolg macht, damit das regelmäßig stattfinden kann. Ich habe so ein paar Eckdaten im Hinterkopf, nagelte mich darauf fest, aber ich meine, dass die Kampfsportschule ungefähr so 700 Quadratmeter Fläche hat. Wie viel davon jetzt genau für die Börse zur Verfügung stehen wird oder den Indoor-Flohmarkt, wie es ja eigentlich heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Kann der Ugo euch aber auf Anfrage vielleicht auch noch verraten, aber ist mir jetzt persönlich egal. Es werden schon genug Tische da sein, sonst würde sich das für ihn ja auch nicht lohnen, das überhaupt zu machen. Und ja, jetzt hoffen wir nur noch, dass genug Gäste kommen. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut gerne vorbei in Härten. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen, können wir ein bisschen quatschen. Ja, und ihr könnt mir natürlich auch das ein oder andere abkaufen gerne, den Kanal damit indirekt unterstützen. Ja, okay, das soll es jetzt aber gewesen sein. Hauptsache, ihr wisst Bescheid, teilt das Ganze gerne, wie gesagt. Und ich würde mich freuen, euch zu sehen und sage an dieser Stelle wie immer, danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.